Die Registerseite Strukturen auf der Palette Energiemodellüberprüfung listet die Raumbegrenzungen der äußeren und inneren Strukturen am Gebäude mit all ihren physikalischen Eigenschaften, die für die Energiesimulation relevant sind, auf. Die Strukturenliste hat die Form einer Tabelle. In jeder Spalte steht ein Datentyp. Wenn Sie die Ordnung der Spalten ändern möchten, klicken Sie oben auf die Spalte der jeweiligen Eigenschaft und ziehen Sie die Spalte auf den gewünschten Platz. Sie können die Liste nach jeder beliebigen Eigenschaft umordnen, indem Sie auf die Spaltenköpfe klicken. Klicken Sie auf den Pop-up-File auf der rechten Seite. Klicken Sie auf Spalte zurücksetzen, um die standardmäßige Ordnung und die Listen wiederherzustellen. Öffnen Sie die Pop-up-Liste wieder. Hier können Sie die unterschiedlichen Spalten der Tabelle anzeigen oder ausblenden. Wählen Sie Kategorie, um die Kategorientyp Raumgrenze einzublenden. Diese Spalte ist standardmäßig ausgeblendet. Die Tabelle enthält zwei Sorten von Datentypen. Archicad-Modelldaten stammen aus dem Archicad-BIM-Modell. Sie sind wie folgt. Ausrichtung, Raumbegrenzungskategorie, Archicad-Elementtyp, Komplexität, Aufbau des Bauteils, Fläche und Dicke. Lassen Sie uns die Bedeutung der Bezeichnungen einzeln durchgehen. Ausrichtung. Die Ausrichtung des analysierten Gebäudeelements. Kategorie. Verschiedene Farben zeigen die Gebäudeelemente je nach Lage und Ausrichtung der Raumbegrenzungen und der Bodenhöhe. Typ. Typ der Archicad-Elemente wie Decke, Wand. Komplexität. Zum Beispiel gerade, geneigte oder Profilwände. Aufbau. Der Typ. Der Bauteilschraffur des Modellelements. Fläche. Die Nettooberfläche des Modellelements. Dicke. Die Dicke des Modellelements. Die weiteren Datentypen sowie U- oder der R-Wert, Durchlässigkeit und Oberfläche, sind vom Benutzer in die Strukturenliste einzutragen. U-Wert bezieht sich auf den Wärmeübertragungskoeffizient der ausgewählten Struktur. Die Eigenschaft des Oberflächenmaterials bestimmt die Eigenschaften der ausgewählten Struktur in Bezug auf die Solarenergieabsorption. Alle Raumbegrenzungen, die hinsichtlich aller ihrer Archicad-Modelldatentypen identisch sind, werden in einem einzigen Öffnungslisteneintrag zusammengefasst und erscheinen mit der Summe ihrer Flächen in der Liste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017